Wenn man mit einem Musiker zusammen arbeiten beginnt, hört man sofort Liebe zum Instrument. Und mit dieser Leidenschaft, die der Musiker präsentiert, erkennt man sofort, dass das eigentlich der richtige Weg ist für diese Person. Ich könnte es erst später herausfinden, nämlich dann, wenn ich mit den Studenten tatsächlich arbeite und wenn man sieht, wie viel Disziplin sie tatsächlich dann auch in der Verbesserung haben. Das eine ist das Talent. Talent alleine erreicht nichts. Es gehört auch die Disziplin dazu, viel zu arbeiten. Und das Talent, also diejenigen, die wirklich schon seit früher Zeit dann sehr aktiv sind, die holen auch dann die sehr talentierten Musiker später wieder ein, wenn die nichts geübt haben. Hast du jemals ein Musikstück so oft gehört, dass es dir im Traummaschinen ist? Hast du jemals so verzweifelt nach Inspiration gesucht, dass du dich an ungewöhnliche Orte begeben hast? Warst du jemals beim Komponieren so sehr in deine Musik versunken, dass du vergessen hast zu essen? Leidest du unter Bühnenangst? Denkst du, dass Erfolg nur durch harte Arbeit und Entschlossenheit erreicht werden kann? Kann man Inspiration überall finden?